Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Altcoin Update Video. Wir arbeiten weiterhin die Liste ab. Heute ist Filecoin dran, wurde auch sehr sehr oft gewünscht und befindet sich auch in meinem, in unserem, keine Ahnung wer es noch alles drin hat, auf jeden Fall im Portfolio drin. Wir haben hier zuletzt einen starken Anstieg gesehen, ob es das jetzt im Endeffekt schon war, ob wir möglicherweise nochmal tiefere Einstiegskurse sehen, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen, wenn ihr bekommt Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Und wenn ihr den Coin natürlich auch kaufen wollt, meldet euch bei meiner Partnerbörse BingX an. Dort kriegt ihr auch weiterhin die 50 USDT an Free Trades, wenn ihr 100 USDT einzahlt und momentan ist eine geile Halloween Aktion, also meldet euch da gerne an. So und dann gehen wir aber rein in die Analyse. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 3,77 Dollar. In der Spitze ging es hoch bis auf knapp 4 US Dollar. Und wer sich auch ab und zu mal die Livestreams anguckt, auch da werden wir uns ja immer wieder mal die Altcoins anschauen, sieht genau diese gelbe Linie hier oben wurde erreicht. Das war die Ineffizienz, das war knapp über dem 0,786er und wir haben erst einmal auf Daily Sicht über dem Golden Pocket geschlossen. Das war schon mal zumindest kurzfristig positiv. Wir sind dann wieder drunter gefallen jetzt so die letzten Tage, haben da nochmal einen Impuls bekommen, aber daraus hin ist kein höheres Hoch resultiert. Das heißt grundsätzlich, Filecoin hat jetzt erst einmal seine Position abgearbeitet. Wir haben die ganzen Shorts, die hier oben im Endeffekt reingegangen sind, bei eben dieser Ineffizienz erst einmal abgeholt, die Liquidität abgefischt und es ging erst einmal nach unten. So, daraufhin hatten wir natürlich diesen Retest hier bei ungefähr 3,57. Daraus ist aber kein höheres Hoch resultiert und wir wurden hier oben jetzt wieder abverkauft bei knapp 3,83 Dollar. Wenn wir uns jetzt mal ganz kurz das FIP-Level ziehen von unserem High zu unserem Low, sehen wir auch, okay, Golden Pocket wurde auf Daily Sicht als Widerstand anerkannt und das zweimal. Kein gutes Zeichen erst einmal für den Kurs und deswegen bleibt jetzt auch erst einmal so grob die Richtung hier bestehen, die wir im Livestream eingezeichnet haben. Was mich nur etwas irritiert ist, wir haben hier oben noch sehr, sehr viel Liquidität in den kleineren Timeframes liegen. Das heißt, kurzfristig ist es nochmal möglich, dass wir doch nochmal hier hochgehen, so eine Art Doppeltop bilden und dann eben erst im 4-Stunden-Chart unsere Trendwende nach unten hinkriegen. Man muss dazu sagen, Bitcoin hat einen geilen Wiki-Close gehabt, einen geilen Daily-Close. Das könnte die ganzen Kurse noch etwas nach oben drücken. Trotzdem, Filecoin hat auf jeden Fall seinen Soll erfüllt und ist auf 4 Dollar gepumpt, hat die Ineffizienz gefüllt und jetzt müssen wir weiter gucken. Wie gesagt, auf Daily-Sicht kann ich mir eben für alle, die Spot interessiert sind, hier zwei Möglichkeiten vorstellen. Das ist die bearische Variante, dass wir hier diesen WIC und der sieht wirklich ugly aus und ich rechne auch immer noch mit einer Korrektur, das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt schon unsere Bullruns starten, wir haben noch kein Halving. Natürlich Blackbrook-ETF oder die ganzen ETFs sind alle so hinten dran, was den Kryptomarkt natürlich auch beflügeln könnte. Trotzdem gehe ich noch nicht davon aus, dass dieser Bullrun schon gestartet ist. Deswegen, das bearische Szenario liegt derzeit hier unten zwischen, ich sage jetzt mal 2,76 und knapp 2,64. Ultra bearisch wäre dann ungefähr hier unten bei 2,30, weil wir hier noch einen WIC haben von Dezember 2022. Also es ist jetzt auch schon über ein Jahr her oder knapp ein Jahr her, wo im Endeffekt dieser WIC hier drüben noch gefüllt werden sollte. Das sind die bearischen Varianten. Jetzt haben wir aber durch diesen vorzeitigen Move nach oben hin und durch die bullischen Aussichten derzeit noch eine kleine Möglichkeit und das ist einerseits, wir retesten hier nochmal diese Area, wo wir zuletzt dann eben ausgebrochen sind. Wir hatten hier eine schöne Akkumulationsphase. Deswegen Möglichkeit für vielleicht kleine Spot-Akkumulationen wäre hier nochmal bei ungefähr 3,57 bis grob 3,45. Ansonsten würde ich wirklich ganz klar darauf warten, dass wir hier Richtung 2,80, lieber mal ein bisschen vor diesem WIC und vor dieser Zone gehen, also zwischen 2,77 bis 2,80 und die Zone geht runter bis 2,61 rum. Das sind die großen Akkumulationsphasen und dann schauen wir weiter. Ansonsten sollte, wie gesagt, hier das Bullische rauskommen, wovon ich derzeit nicht ausgehe. Es ist natürlich eine kurze Rally möglich, dass wir sagen, okay, wir gehen hier nochmal Richtung 4,80, dann kann man nochmal Profite nehmen, aber ansonsten gehe ich nicht davon aus, dass diese Gesamtbewegung jetzt schon einen Trendwechsel darstellt. Man muss nämlich auch dazu sagen, wir machen mal das FIP-Level ganz kurz weg. Wir haben zwar jetzt die Ineffizienz hier geschlossen, wir haben aber kein höheres Hoch. Und dieses höhere Hoch müsste theoretisch hier oben sein bei 4,18 Dollar. Wenn wir diesen Bereich wirklich auf Weekly-Sicht durchbrechen, dann sind wir hier Bullisch. Ansonsten sind wir eindeutig noch in einem bearischen Zyklus. Und so lange bleibt auch noch diese Variante hier mit diesen bearischen Varianten bei ungefähr 2,77 auf jeden Fall drin. Und das auch, wie gesagt, die Akkumulationsphase hier unten, das werden wir auf jeden Fall nutzen. Das sind Einstiegskurse für Filecoin meiner Meinung nach mit diesen zwei WICs. Natürlich, den 100%igen Boden werdet ihr hier nicht finden, weil auch hier muss man dann im Endeffekt damit rechnen, wenn wir jetzt in die erste Box gehen und dann doch nochmal einen größeren Abverkauf sehen, dass nochmal 20% Minus drin sind. Aber das ist absolut human in einem Bärenmarkt, dass man immer nochmal 20, 30% tiefer runter kann. Man kann ja immer noch akkumulieren. Das heißt, so als Zone würde ich sagen, wer wirklich Risiko mag, kann hier oben bei 3,55 die erste Tranche kaufen. Da würde ich aber wirklich nicht viel reintun, weil das Risiko, ich sage jetzt mal 80%, dass wir nochmal tiefer gehen, sehr, sehr hoch ist. Und dann, wie gesagt, hier unten dann die größeren Traschen zwischen 2,80 und knapp 2,28. Gehen wir nochmal auf den Weekly-Chart. Was ist da im Endeffekt wichtig? Wir brauchen gar nicht weiter zurück in die Vergangenheit gehen. Das könnt ihr euch sparen, weil wir keinen Support mehr haben. Das heißt, wir müssen mit diesen WICs hier drüber arbeiten. Auf Wikisicht gleiches Spiel. Wir brauchen ein Close mindestens über 4,20, um bullish zu sein. Die Candle war zwar wirklich schön volumentechnisch, aber jetzt auch nicht so der Bringer. Also, kurze Zusammenfassung hier nochmal vom Filecoin. Weiter ein Downtrend, trotz dieser schönen, ich sage jetzt mal kurzfristigen, bullischen Marktphase, befinden wir uns in einem Downtrend. Weiter ein Bearish. Um bullish zu sein, brauchen wir ein Close weekly und daily über 4,20. Ansonsten sind die Nachkaufzonen für sehr, sehr risikobehaftete Menschen bei ungefähr, ich sage jetzt mal 3,60 und danach geht es los bei 2,80. Das sind so die Kaufzonen für Filecoin. Preisziel technisch kann man sich natürlich einfach machen und sagen, okay, wir könnten hier auf jeden Fall unser All-Time-High sehen. Gehen wir das Ganze mal etwas pessimistischer an und da bin ich eher Fan jetzt dann von diesen Altcoin-Videos. Wir ziehen uns das FIP von unserem High zu unserem Low. Da wäre es schon wirklich schön, wenn wir zumindest mal hier das 0,236, weil wir hier oben noch eine schöne Confluence haben mit so einer ehemaligen Ineffizienz. Also hier oben dieser Bereich zwischen 40 und 55 Dollar. Bullish wäre meiner Meinung nach die 157 Dollar. Einfach aus dem Aspekt, weil das Golden Pocket hier oben auf uns wartet. Und wenn wir uns das mal ganz kurz, zumindest vom jetzigen Stand mal ganz kurz, die Prognose angucken, sind hier möglich 10x. Im Best Case wären es hier 40x. Wunschprognose, wie gesagt, was ihr mit solchen Informationen macht, ist mir völlig Wurst oder Pumpe. Aber ich wollte es nur dazu sagen, dass auch mal so ein bisschen Relation dahinter steht. Es heißt nicht, dass wir jemals wieder unsere All-Time-High sehen. Deswegen würde ich die ganze Sache pessimistischer sehen. Aber wie gesagt, ihr kennt meine Strategie. Sobald das Ding 100% macht, das wäre jetzt hier, wenn ich jetzt hier einsteigen würde, bei ungefähr 7,37 Dollar oder dann tiefer. Bei 100% gehe ich mit meinem Einstieg raus, sichere mir mein Kapital und danach kann das Ding von mir aus to the moon gehen. Und wir sind fein aus der Sache raus. Wird teilweise negativ gesehen, wird positiv gesehen. Das ist meine Strategie. Ihr müsst sie nicht so machen. Wir sind im Bärenmarkt damit sehr, sehr gut gefahren. Aber wie gesagt, könnt ihr alles selber entscheiden. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen. Unten in den Chat reinschreiben oder in die Kommentarspalte, was ihr für Altkommensche habt und was ihr davon haltet. Dann war es das von mir. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay good.